Hi, heute wollen wir euch unsere Neuigkeiten zeigen von unseren Waschwasserleitungen, unserem Redpipe Sortiment. Ihr kennt unser bisheriges Sortiment, die 54271025. Ein altbewährtes Waschwasser-Instandsetzungssystem, wo wir hergehen können und können mit dem Wellrohr quasi alles in Stand sitzen. Jetzt gibt es ein neues Sortiment. Ja, die 54271027. Der Unterschied zwischen den beiden Sortimenten ist ganz einfach. Wir haben hier eine größere Vielzahl von O-Ringen drin. Oft die Frage aus der Werkstatt, für was benötige ich die O-Ringe? Ich habe hier in meinem 4,5er Wellrohr stellenweise je nach Hersteller unterschiedliche Abstände zwischen den Rillen. Dementsprechend passe ich dann meine Stärke vom O-Ring an, damit das auch abdichtet. Was weiterhin dazugekommen ist, ist die Geschichte, die Reparatur an den Waschwasserpumpen, an den Waschwasserbehälter. Dafür benötige ich halt eben zum Beispiel solche Anschlüsse hier. Und die sind jetzt auch in diesem Sortiment vorhanden. Und für alle, die jetzt das bisherige Sortiment schon haben und sagen, oh, ein neues Sortiment, weiß ich jetzt nicht, ob ich das brauche, gar kein Problem. Ihr wisst, bei uns kriegt ihr in den Sortimenten immer alles einzeln. Das heißt, hier habt ihr auch die Möglichkeit, euer altes Sortiment auch einfach nochmal zu erweitern. Ja, und mit diesem Sortiment seid ihr dann in der Lage, am Fahrzeug die Reparatur der Waschwasserleitung komplett durchzuführen. Das heißt, vom Behälter bis hin zur Düse. Das könnt ihr mit diesem Sortiment machen. So, wir haben jetzt den Fehler lokalisiert. Das heißt, die undichte Stelle am Wellrohr ist vorhanden. Und Pity wird jetzt diese Reparatur durchführen. Das heißt, er hat jetzt die Waschwasserpumpe entfernt, wird jetzt das Wellrohr das Originale abnehmen. Ja, da haben wir die Undichtigkeit. So, Pity schneidet jetzt das defekte Teil raus. Jetzt nimmt Pity den passenden O-Ring, setzt ihn auf den Wellschlauch drauf, nimmt den dann den Adapter hinten dran, wo dann das Verbindungsstück einrastet. Anschließend nimmt er den Winkel aus dem neuen 027 Ersatz, macht da auch wieder den Adapter drauf, schiebt ihn jetzt in den Verbinder rein, eingerastet. Und jetzt können wir ganz einfach das Teil wieder mit der Waschwasserpumpe verbinden und haben eine perfekte Reparatur durchgeführt. Anschließend bauen wir den Innenraumkotflügel wieder ein und das Fahrzeug kann wieder von der Bühne. Jetzt anschließend bauen wir den Komponentflügel. Dann bauen wir den Komponentflügel. Dann bauen wir die Komponentflügel wieder mit einem Klümpf, die das Fahrzeugitkompflügel wieder mit dem Komponentflügel gebe ich ihn richtig. Dann bauen wir schön.